Was ist Reiki? Auf diese Frage gibt es mehrere Antworten. Die Übersetzung des japanischen Wortes Reiki bedeutet so viel wie universelle oder ganzheitliche Energie. Diese Energie regt die körpereigene Selbstheilung auf allen Ebenen an. Somit unterstützt Reiki dich bei körperlichen Heilungsprozessen, bei emotionalen oder psychischen Problemen. Reiki ist weitest eine Technik, mit der man sich selber oder andere Menschen behandeln kann. Durch die Möglichkeit der Selbstanwendung wird man unabhängig. Reiki ersetzt jedoch nicht die Schulmedizin oder den Besuch beim Arzt. Es ergänzt konventionelle Medizin oder Therapie. Letztendlich ist Reiki eine Lebenseinstellung, die von Selbstverantwortung geprägt ist. Es geht darum, für dein eigenes Leid die Ursachen nicht mehr in den Lebensumständen zu suchen. Stattdessen begibst du dich auf die Suche nach echten Lösungen. Also, Schluss mit dem Jammern, nimm dein eigenes Leben selbst in die Hand. Dadurch kannst du dein Potential voll ausschöpfen und deine Träume Realität werden lassen. So einfach ist das mit Reiki. Jeder, der ein Reiki-Seminar besucht und die Methode lernt, kann diese Energieform für sich selber nützen. Dies geschieht in Form der Selbstbehandlung. Dabei werden zwölf Körperstellen mit den Händen berührt und mit Reiki versorgt. An jeder Position ruhen die Hände fünf Minuten lang, sodass eine komplette Behandlung eine Stunde dauert. Gesundheit ist mehr als bloß das Fehlen von Krankheit, Schmerz oder Verletzung. Gesundheit bedeutet vielmehr das Erreiche eines Zustands der Ausgeglichenheit auf verschiedenen Ebenen. Neben der körperlichen Ebene, die leicht sichtbar ist, kannst du auf der emotionalen Ebene Fortschritte erreichen. Zum Beispiel durch das Spüren von tiefer Zufriedenheit oder durch das Ende von chronischen Wutausbrüchen. Auf der spirituellen Ebene setzt du dich mit der Frage des Sinns des eigenen Lebens auseinander. Durch deine individuellen Antworten kannst du ihn wiederfinden. Auf der mentalen Ebene steigern wir unsere Konzentrations- und Organisationsfähigkeit. Auf der sozialen Ebene finden wir Auswege aus Beziehungsunfähigkeit oder Ausgrenzung. Reiki unterstützt dich auf jeder dieser Ebenen, eben dort, wo du es gerade am nötigsten hast. Es bedarf keiner Diagnose. Das zentrale Werkzeug sind deine eigenen Hände bei der Reiki-Selbstbehandlung.